Man denkt vielleicht als Außenstehender, dass man als Fußballprofi alles hat, also viel Geld, ein Auto, zwei, drei, gutes Haus, man sich auch gefühlt alles holen und kaufen kann, was man möchte, jede Tasche, jeden Schuh, alles Mögliche. Aber ich merke auch, das ist nicht, was dein Herz wirklich erfüllt, in dem Sinne, dass du wirklich glücklich bist. Und was mich eigentlich am meisten wirklich fasziniert hat oder auch nach wie vor ist, wie der Glaube an Jesus auch den Blick verändert.